Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Und Gott soll dem neuen Heimatminister wohl auch helfen, das christliche Abendland zu verteidigen. Nicht mal zwei Tage im Amt schlägt der neue Heimatminister ein Bild, alte Pflöcke, ein. Nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Deutschland ist durch das Christentum geprägt. Rums, Seehofer, reanimiert alten Streit. Rückblick 2010. Der damalige Bundespräsident provoziert eine heftige Debatte. Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Viele in Deutschland sahen und sehen das aber anders. Denn nicht der Islam meint auch, Seehofer gehöre zu Deutschland, sondern nur die hier lebenden Muslime. Meine Botschaft lautet, Muslime müssen mit uns leben, nicht neben oder gegen uns. Der Bundeskanzlerin dürfte Seehofers Debatten-Neuaufguss weniger gefallen, hatte sie sich doch längst klar in der heiklen Frage positioniert. Der Islam gehört zu Deutschland und das ist so, diese Meinung bin ich auch. Und deshalb tun wir alles dafür, dass die Integration gelingt. Ein Streit um Worte? Nein, es passt zu Seehofers Strategie. Er will AfD-Wähler zurückgewinnen und riskiert dafür gleich zum GroKo-Anfang großen Streit.